Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trennfieber hier von unserem Güterbahnhof. Vom neuen Güterbahnhof muss man sagen. Ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und ja jetzt hier weitermachen. Ich würde gerne, aber wir haben noch so viel anderes zu tun. Vielen Dank einmal mehr für die ganzen Kommentare. Ich habe da glatt noch was vergessen. Hier steht noch eine S-Bahn, nichts tun, die in der Gegend rum in Krummstedt. Die habe ich angehalten, als wir hier rumgebastelt haben. Ähm, ich muss mal gucken. Das habe ich in der letzten Folge vergessen. Das ist von daher nicht allzu schlimm. Ähm, denn wir waren sowieso die grösste Zeit im Pausenmodus, aber jetzt muss ich mal gucken. Ja, tatsächlich. Okay, dich lassen wir wieder fahren. Danke für den Hinweis. Äh, jetzt. Wartet er auf freie Wege. Okay. Aha, ja, die staunen hier ein bisschen. Warum staunen die denn? Eigentlich, weil die hier nicht weiterkommen. Die fährt sowieso in die falsche Richtung. Die muss hier lang. So, dann staut es auch nicht mehr. Denn die möchten hier auch nach Krummstedt Transfer. Wie unschwer zu lesen war. Gut. Okay. Das, ja, das läuft ja dann wieder. Dann können wir nämlich zum neuen Bahnhof in Weisswasser. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das Update installiert. Den gibt es ja jetzt als finale Version. Ich muss nur Weisswasser finden. Hier oben. Da, wo es zu ruckeln beginnt. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob das angenommen wurde hier. Denn es müsste dann, dann müssten die Geschäfte hier besetzt sein, was ich im letzten Video noch angesprochen habe. Ja, guck mal. Sehr schön. DB Hauptbahnhof. Und jetzt haben wir hier die ganzen Läden. Hier ist nicht mehr vor Rent. TF Bank. Sehr schön. Drinnen auch. Da gehen sogar die Drehtüren. Guck mal. Der Lift. Wow. Also das ist schon ein Mordsteil von Bahnhof. Ich muss schon sagen. Ja, ist mein Lieblingsbahnhof bei Trainfieber mittlerweile. Ich finde diese alten, mächtigen auch schön. Den Leash finde ich auch sehr schön. Aber die nehmen sich ja gegenseitig nichts. Aber trotzdem, der hier, der ist halt neu. Neue Sachen sind immer spannend. Und auch immer, ja, man neigt dann dazu, die als das Beste ist das Beste zu bezeichnen. Aber ich guck mal, was hier alles drin steckt. Hier allein dieses Laufband. Und hinten fahren, wie gesagt, die Lifte. Ja, herrlich. Gut. Jetzt, was hier noch fehlt. Ich habe doch tatsächlich anscheinend vergessen, die beiden, also den Busbahnhof hier. Ah, Moment. Den Busbahnhof hier zu kopieren mit dem Bahnhof. Danke für den Hinweis. So, jetzt haben wir es. Gut, bestens. Das wäre sonst natürlich, je nachdem, kann das doof enden. Eigentlich. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Es gibt so viel zu tun. Es ist, es kommen immer wieder Fragen auf, wann kommt denn jetzt meine IC-Strecke? Wann kommt denn jetzt dies und das? Das bringt jetzt nicht viel, wenn ihr da fragt. Denn das ist eine Liste. Das ist Copy and Paste. Wandert das da in die Liste rein, wenn jemand was wünscht. Und ja, ich mache halt nach und nach. Und diese Liste, die ist mittlerweile so lang. Sie ist wirklich schon so lang. Ähm, ich kann beim besten Willen nicht sagen, wann was genau kommt. Es ist einfach geplant, dass das irgendwann sicher gemacht wird. Das ist so eine Art To-Do-Liste, die ich jetzt hier abarbeite dann. Gut. Jetzt, wenn wir gerade im Weisswasser sind, was ich hier gerne machen würde, was auch aus, äh, Vorschlag war, äh, aber da müssen wir uns jetzt erstmal wieder drehen, der Performance zuliebe, dass hier doch noch, äh, eine weitere Lok fährt, oder ein weiterer Zug. Wir können hier eigentlich nicht mehr allzu viel machen. Ich muss nochmal drehen. Nicht mehr allzu viel machen, was das Gleis angeht. Och, guck mal, da kommt sie. Die ist ja schon cool. Es, ich muss halt nochmal sagen, das ist halt einfach irgendwie Modelleisenbahn. Allein schon dieses Geräusch. Sehr, sehr nett. Gut. Die kriegt jetzt hier irgendwie Gesellschaft. Jetzt muss ich mal gucken, könnten wir hier, bis hierhin könnten wir ein zweites Gleis machen. Bei der Brücke wird es nicht gehen. Das habe ich, glaube ich, eh schon mal versucht. Nein, da sind Häuser im Weg. Das muss ich eigentlich gar nicht probieren. Ich mache es jetzt trotzdem. Ne, geht nicht. Binnenrum wird es auch nicht gehen. Nein, also, geht das nicht. Wenn wir hier rausgehen, dann haben wir dann das Tunnel im Weg. Das geht auch nicht. Ja, dann machen wir es hier rein dann halt eingleisig. Aber, ab hier könnten wir es natürlich zweigleisig machen. Wobei, wir haben hier genau Schranke und Güterschuppen im Weg. Nehme ich mal weg. Können wir sonst immer wieder hinstellen. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem Gleis vorbeikomme. Ich mache mal ganz schnell Pause. Ähm, ja, dann geht es. Okay, dann machen wir das so. Hier kommen wir auch vorbei. Jawohl. Das gibt jetzt auch keine grosse Übung, aber dann ist ja noch ein bisschen mehr Verkehr. Das ist gar nicht schlecht. Und sonst fährt hier unsere kleine Eisenbahn völlig alleine in der Gegend rum. da tut sie einem dann ja bald schon ein bisschen leid. Na, jetzt. Klappt auch bestens. Gehen wir hier wieder rein. Dann haben wir es bis hier hinten geschlossen. Nein, nicht drehen, Heisenberg. Ne, ne, ne. Und hier bei der Brücke gehen wir raus. So. Dann funktioniert das natürlich mit zweispurig auch. Also mit mehreren Loks. Das muss ja nicht immer die ganze Strecke sein. Da muss einfach die, die zusätzliche Lokomotive muss die Möglichkeit haben, auszuweichen. So. Das hat sie jetzt. Oder ich sage Lokomotive, weil es wahrscheinlich wieder eine einzelne gibt oder irgendwas in Doppeltraktion. Mal gucken. Aber nicht mit vielen Wagen. Jetzt muss ich schnell gucken. Haben wir hier hinten irgendwo ein Signal hingestellt? Das müsste dann natürlich weg. Nein, das ist dieses Gleis hier. Da ist kein Signal. Gut. Oder welches Gleis ist es eigentlich? Lass mich mal schnell gucken, bevor wir hier irgendwas falsch einstellen und dann bei dieser kleinen Strecke noch einen Fehler drin haben. Das muss ja nicht unbedingt sein. Steht da draussen links, es lädt gerade, aber steht da draussen links irgendwie ein Signal? Ich muss mal gucken. Sobald es geladen hat. Lad! Ist nicht so schwer. Ich sage es immer wieder. Dann machen wir hier zu. Das steht doch. Ne, das ist ein Baum. Okay, ich dachte gerade, das sah so aus wie so diese amerikanischen Bahnschranken. Diese Kreuze. Schwein gehabt. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier müssen wir hin. Wir müssen gucken. Aha, hier geht das dann rein. Ist das denn das richtige Gleis? Eigentlich nein. Da müssen wir noch einen Wegpunkt setzen. Damit das richtig... Da haben wir eigentlich einen Wegpunkt. Signal 29. Wo haben wir das denn? Weisswasser Güterbahnhof. Signal Weisswasser. Das hier. Okay, wir haben den hier reingelassen. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, ich habe gesagt, genau. Ich mag es, wenn die Züge über Weichen fahren. Er blockiert dann halt den Zug hier hinten und umgekehrt. Während es hier frei wäre. Das lassen wir mal bleiben. So, jetzt geht er hier rein. Okay, jetzt passt es. Ah, jetzt ist hier plötzlich rot. Da war doch vorher nichts. Jetzt machen wir das. Hä? Jetzt mache ich das nochmal schnell hin. Das Signal als Wegpunkt. So. Jetzt ist hier auch rot. Da war doch vorher nicht rot. Oder spinnig? Habe ich es nicht gesehen. Kann auch sein. Knick in der Optik. Okay, jetzt ist es aber so, wie es gedacht war. Dann können wir hier zumachen. Und kaufen uns. Ja, wir gucken mal, was wir uns kaufen. Haben wir hier ein Depot? Wir haben eins. Züge kaufen. Lokomotiven. Machen wir hier mal noch diesen. Ja, eine Dampflok bringt es hier irgendwie nicht. Ich möchte noch eine Museumsbahn machen. Das war auch ein Wunsch. Das kommt auch alles noch. Ich weiss noch nicht wann. Und das wird dann mit Sicherheit eine Lokomotive. Eine Lokomotive. Eine Dampflokomotive. Eine Lokomotive wird es wahrscheinlich auch. Ja. Also, was haben wir hier? Mh, meine Krokodilloks. Ich sage jetzt mal ganz frech meine. Ich liebe die Dinger halt. Das ist ja, meine Kindheit kommt wieder immer diese Krokodilloks. Aber wir haben hier eigentlich schon Krokodilloks laufen. Lasst uns was anderes nehmen. Wir haben da so eine kleine. Da könnten wir doch jetzt eigentlich auch was eher mächtiges nehmen. Irgendwas, was in Doppeltraktion gut aussieht. Die Ludmilla zum Beispiel. Die haben wir, glaube ich, hier in Weisswasser nicht verkehrend. Wir machen mal eine Doppeltraktion Ludmilla auf dem Weg zu den Wagen. Sprich, die fährt ohne Wagen rum. Können wir drei machen? Dann müssen wir hier noch Blocksignale anmachen. Wir machen mal drei. Dann machen wir da noch ein Blocksignal hin. Dann ist immer jemand irgendwie da unterwegs. Das ist gar nicht schlecht. Ja, da mache ich jetzt aber erst die Blocksignale hin. Dann haben wir das. Da können wir eigentlich mehrere machen. Denn das sind ja alles ganz, ganz kurze Vehikel. Das Ganze mal drehen. Hier in der Kurve noch. Und hier vorne haben wir sowieso eins. Ganz klar, weil da wird es eingleisig. Da müssten wir hier noch eins hinmachen für den Rückverkehr. Ja, es würden noch mehr hingehen. Das ist eigentlich kein Thema. Wir lassen es aber mal so. Und jetzt machen wir noch eine dritte Komposition. So, jetzt haben wir einmal klein. Eine ganz süße. Die hier. Und wir haben eine Doppeltmilla. Nein, ich brauche nicht den Bahnhof. Oh, den haben wir auch noch nicht angeschlossen. Da müssen wir mal noch eine Strasse hinmachen. Das sehe ich da gerade. Sonst kommt irgendwann dann natürlich die Meldung. So, jetzt habe ich es tatsächlich auch noch geschafft, hier wieder reinzukommen. Da hätte ich gerne eine Schweizer Lokomotive, muss ich sagen. Irgendwie, die Wünsche kommen halt immer eher aus dem Ausland. Also aus meinem Ausland. Aus Österreich sehr oft. Aus Deutschland. Und deswegen sind hier sehr viele Nicht-Schweizer Lokomotiven unterwegs. Das ist natürlich egal. Denn es gibt überall schöne Lokomotiven. Keine Frage. Aber mir fehlt so ein bisschen die hier zum Beispiel. Oder haben wir die? Wahrscheinlich erzähle ich jetzt sowieso Mist. Wahrscheinlich haben wir die auch schon 30 Mal. Aber das ist halt so eine ganz alte Schweizer Lokomotive, die ich auch noch kenne. So, sonst wäre hier fertig. Die braucht aber Strom. Da haben wir ein Problem. Clubmilla braucht keinen Strom. Ich müsste noch mal hier schauen. Haben wir hier irgendwas? Typisch Schweizerisches? Naja, nicht wirklich amerikanisch. Das müsste einem sofort ins Auge springen. Man müsste sagen. Ja, die habe ich gemeint. Dampf elektrisch. Sonst müssen wir die Strecke elektrifizieren. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Dann nehmen wir halt doch eine von hier. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Die Clubmilla haben wir. Die hätte ich jetzt glatt nochmal genommen. BR Cargo. Ja, was für eine lange Liste. Nein, wir machen jetzt kein Drama draus. Wir nehmen die hier. Einmal. Oder mit der in Doppeltraktion. Dann haben wir doch noch zweimal Doppeltraktion. Das wäre dann Linie. Puh. Die hier. Die 131. Schwein gehabt. Lassen wir es laufen. Jetzt haben wir halt das Pech, dass genau unsere eine Lokomotive hier schon steht. Aber die werden sich verteilen. Dank den Bloxigen allen. So, da dampft sie los. Gute Fahrt. Oh, was ist denn hier? Fussball. Ah, Leverkusen. Ah, jetzt verstehe ich den einen Kommentar. Alles klar. Da stand noch Juhu Leverkusen. Jetzt weiss ich warum. Gladbach, Leverkusen. Okay, aber wir wollten Züge gucken, nicht Fussball bequasseln. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Dafür, wofür es gemacht ist. Also sprich einfach um die Gegend hier noch ein bisschen zu beleben. Gefällt mir relativ gut. Okay, da hinten kommen noch die anderen. Ich weiss jetzt nicht, müssen wir das unbedingt gucken. Wir werden das eh noch ein paar Mal sehen. Ich möchte jetzt hier die Strasse eigentlich noch anschliessen. Aber ja, wo denn? Hier hat es weit und breit keine Strasse. Was ist das denn hier für eine Gegend? Hier hinten müssen wir jetzt hier echt eine Strasse noch da lang ziehen. Können wir ja machen. Wisst ihr was? Die ziehen wir aber dem Fluss entlang. Das ist eigentlich die falsche. Oder lasst uns doch eine innerstädtische nehmen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht bauen sie hier noch. Man weiss das ja nicht. Wir machen das mal. Das darf hier aber ein bisschen kürzer sein und möglichst gerade. Dann geht es hier runter. Wenn es jetzt geht. Ja, geht sogar. Naja, aber ne. Nicht so, wie ich das wollte. So, schnell gucken. Ja, falsche Richtung. Alles Richtung Kirche. Nicht so ideal. Schön, hat auch was. Da haben wir doch tatsächlich wieder drei neue Züge für weiter. Weisswasser. Freut mich. So. Strasse. Da machen wir natürlich auch keine riesen Übung. Ich möchte einfach halbwegs hier entlang dem Fluss haben. Das ist eigentlich dann doch eine relativ schöne Wohngegend. Liebe Weisswasserleute. Ihr dürft hemmungslos, wenn euch danach ist, hier wieder bauen. So. Haben wir die Strasse nach hier hinten gemacht. Rauf. Hier rauf wollen sie keine. Ne. Da ist irgendwie nicht wirklich was. Schuhe. Oh, da haben wir schon so eine ähnliche Komposition. Zug 2 möchte ersetzt werden. Ja, wird aber nicht. Aus bekannten Gründen. Wir wollen diese Zugkomposition zu haben, wie wir sie eingestellt haben. Wir werden mit dem Verlust leben. Da. Ich zeige gerne nochmal den Kontostand. Da ist wirklich... Da sind die Zeiten vorbei, wo wir uns von der Kasse vorschreiben lassen, was hier für Züge verkehren. Und wenn ich jetzt gerade mal da bin, dann gucke ich auch ein bisschen. Schön. Ja gut. Lasst uns mal noch schnell nach Krumstedt gehen. Da gab es noch ein Einwand. Was ich dann demnächst... Ja, nein. Hm. Ja. Den Schrottplatz da hinten, den werde ich heute noch kurz angehen. Und was ich dann eben auch demnächst mal machen möchte, ist... Dieser eine Wunsch, der noch relativ weit oben steht, mit... Dass wir jeden Bahnhof einmal anlaufen mit einer Linie. Das gibt halt wirklich... Das wird viel Arbeit geben. Da wir da bei Bahnhöfen Weichen neu machen müssen. Wir werden neue Bahnhöfe bauen müssen, wenn es dann gar nicht anders geht. Aber ich freue mich drauf. Das macht natürlich Spass. Das ist genau das, was Tränenfieber zu Tränenfieber macht. Dass wir ordentlich was zu bauen haben. Was wollte ich denn jetzt hier genau? Hier wurde das Tunnel kritisiert. Und das absolut zu Recht. Guck mal, die fahren hier in eine Wand rein. Jetzt, ich kann mich erinnern, ich hatte das schon mal... Ja, im Privatspiel früher. Und habe das ändern wollen. Das kann man nicht ändern. Das liegt daran, dass dieses Tunnelportal... Ich glaube, ab drei Gleisen... Ich glaube, bei zwei geht es noch. Ab drei Gleisen wird das so. Dann fahren die hier in die Mauer rein, die Armzüge. Zwei gehen noch, vier gehen nicht. Deswegen, ich werde das jetzt hier nicht nochmal abbrechen, da ich weiss, was passiert. Es wird genau gleich rauskommen. Mit dem Unterschied, dass wir hier das ganze Gelände verformt haben. Wenn wir es abgerissen haben. Und neu bauen werden. Das müssen wir schlicht und einfach so akzeptieren. Und sonst dürfen wir keine Tunnel mehr bauen, die mehr als zwei Spuren haben. Und das ist ja irgendwie auch nicht wirklich ideal, finde ich. So, ich mache mal nochmal Pausenmodus. Ihr seht warum. Wir sind sonst die ganze Zeit hier nur am Ersetzen. Jetzt muss ich da hin, weil ich keinen Plan habe, was die hier transportieren. Was sie machen. Na, Linie. Ich sehe nicht mal mehr, was für eine Linie. Das ist Linie 100. Hm, 100? Ist es die 100? Mag es die 100 sein? Nein, es war die 120. Okay, von Hensendorf gehst du nach. Ich nehme an in die Stadt rein. Genau. Das heisst, du transportierst Güter. Das heisst, Fahrzeugersatz. Da ist tatsächlich noch gar nichts festgelegt gewesen. Okay. Das Fahrzeug ist sozusagen entschuldigt. Irgendein Güterlastwagen. Das darf auch ein fetter sein. Nehmen wir mal den hier. Okay. Ja. Eigentlich müssten wir die Strassenfahrzeuge auch nicht ersetzen. Eigentlich aus dem gleichen Grund. Weil teilweise gewisse Linien auch aus mehreren verschiedenen Lastwagen bestehen. Ich habe jetzt nicht bei Linien, wo es 10 Fahrzeuge hat, 10 mal das gleiche Fahrzeug genommen. Wir zerstören so auch ein bisschen wieder die Vielfalt. Und es ist natürlich wie bei den Zügen. Ja, diese Fahrzeuge, die werden einfach älter und kosten mehr. Und solange wir es uns leisten können, wisst ihr was, ich gucke jetzt bei dem mal noch schnell. Aber ich würde, was haltet ihr denn davon? Lassen wir das doch einfach bleiben mit Züge ersetzen. Ne, Züge sowieso, Fahrzeuge. Es wird gar nichts mehr ersetzt. Es wird so gelassen, wie es ist. Denn es hat ja einen Grund, dass wir das damals so gemacht haben. Also, ich wäre sehr dafür, ab sofort diese Meldungen alle zu ignorieren. So, wo haben wir Holz? Irgendwas mit Holz. Ja, hätte ich auch Güter machen können. Okay, jetzt habe ich es gemacht. Hier haben wir überall Holz. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Noch ein altes? Ja. Könnten wir auch stehen lassen. Wir nehmen jetzt mal das hier. Dann ist das Spiel zufrieden. Und ich würde sagen, das war jetzt aber das letzte Fahrzeug, das wir ersetzt haben. So, gut. Okay, wir kommen zu Linie 104. Ne, wir kommen nicht zu Linie 104. Entschuldigung. Doch, wir kommen zu Linie 104. Wir lassen den Güterbahnhof da hinten mal noch kurz in Ruhe. Denn der funktioniert. Der läuft. Das ist eine Schönbauoperation, die wir da vornehmen mit dem Schrottplatz. Obwohl ich den Schrottplatz eben schon gerne mal langsam irgendwie hätte. Wir müssen zu Linie 104. Denn da fährt nur ein Zug. Die ist es in einem Kommentar. Dankeschön. Das wäre der hier. Das sieht man auf einen Blick, dass das tatsächlich nur ein Zug ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo wohnt der? Hier. Was macht der denn? Hier. Hier rüber. Da ist er ja schon. Der bringt Güter nach Wettering. Okay. Macht er das denn auch? Nein, macht er nicht. Da müssen wir eh mal schnell gucken. Okay, er bringt Güter nach Wettering. Alles klar. Da können wir, ich denke mal, sehr gerne noch ein paar Züge hinstellen. Das Ausbauen den Güter in Wettering, das kann nie schaden. Jetzt nur das Problem ist, die Fabrik produziert nichts. Linienbenutzung, ja. Aha. Und warum? Gucken wir mal. Nur sichtbar. Züge hätte es. Takt hat es sozusagen auch. Ah, ich sehe das Problem schon. Ich denke, was müssen denn die Züge machen? Ich glaube, die transportieren Erz, kann das sein. Von hier hinten. Genau, die sind falsch eingestellt. Wieder durch das Update. Deswegen bringen die, produzieren die nichts. Ah, das ist ja einfach wieder ärgerlich. Wie machen wir denn das? Da müsste ich die jetzt alle wieder ins Depot schicken. Sehe ich das richtig? Oder kann ich das in der Linienbezeichnung vielleicht ändern? Nein, da kann ich nur den Zug aufrufen. Oh, nö. So was doofes. Ja, die müssen alle ins Depot. Die müssen alle neu eingestellt werden. Die sind auf Kohle eingestellt. Und hier stapelt sich dann das Erz. Hm. Das ist ja blöd. Dann müssen wir das mit dem Schrottplatz wahrscheinlich noch mal kurz verschieben. Ich lasse mal schnell laufen. Linie 104 war das. Ins Depot. Ja, ich brauche alle Züge. Äh, ne Blödsinn. Jetzt habe ich den falschen Zug ins Depot geschickt. Ja, ich mache sie auch zum ersten Mal. Wo weise ich denn hier die Linie zu? Hier. Dann machen wir wieder die 104. Denn der darf weiterfahren. Der ist nicht das Problem. Okay, hat er genommen. Sondern das Problem ist hier unten. Ja, jetzt verliere ich es völlig aus dem Dingens hier. Was ist das denn für eine Linie? Die Linie 79 brauchen wir. So, du kannst ins Depot. Sollen wir hier schnell ein Depot bauen? Was wir haben, das haben wir. Dann dauert es vielleicht auch nicht ewig. Ach, Fahrzeug im Weg. Das ist völlig überschätzt. Okay, dann bauen wir hier eben kein Depot. Dann geh du einfach. Jetzt artet es hier noch den Stress aus. Dieses eigentlich sonst sehr entspannende Spiel. Also. unterwegs ins Depot. Jetzt brauchen wir die anderen Züge hier noch. Den hier ins Depot. Den ins Depot. Sind das drei Züge? Sehe ich das richtig? Oder? Hier ist noch einer. Auch ins Depot. So, die haben wir jetzt. Dann können wir mal das Depot suchen. Und hier aus dieser schwindelerregenden Perspektive raus. Jetzt wollte ich die Linie nochmal eingezeichnet haben. Geht nicht. Hier hinten hat man ein Depot. Hätten die mal gewendet, wären sie schneller. Oh, nicht, dass sich die jetzt hier alle wieder irgendwie verfahren. Nicht irgendwie Fremde. Ne, hier ist noch eins. Wollen die überhaupt hier hin? Nein, wo wollen sie denn hin? Jetzt ist das Chaos perfekt. Ich muss mal zum Einzug. Wo möchtest du hin? Ich glaube, die verfahren sich gerade. Oder nicht? Stimmt die Strecke hier? Das hier gibt es weit und breit kein Depot. Die sind schon wieder völlig falsch. No, das ist doch... Nein, warum machen sie denn das immer? Dann suchen sie irgendwo ein Depot statt, dass sie wenden. Ich dachte, die hätten das mit dem Patch geändert, dass sie eben wenden. Hier hinten war es. Jetzt müssen wir mal gucken, was kriegen wir hier am Zug noch gefasst. Also, wo fährst du hin? Das ist schon mal falsch. Bitte wenden. Macht er das? Das macht er. Jetzt sucht er sich das Depot in die andere Richtung. Wo bist du? In einem Depot. Okay. Immerhin. Und wo bist du? Du wartest auf freie Wege. Und fährst... Du fährst... Du fährst... Du fährst soweit richtig. Du hast aber hier halt nirgends ein Depot. Doch, hier hätte es eins. Okay. Da steht aber... Da steht ein Zug im Weg. Weisst du was? Dann wende doch auch. So, und such dir dein Depot in die andere Richtung. Da haben wir nämlich eins. Gut. Dann werden wir hier mal... Ändern. Das ist wirklich... Voll doof. Dass man das dann nur im Depot drinnen kann. Ich kann es nicht anders sagen. Da hat man ein riesen Manöver, nur um die Wagen zu wechseln. Hast du noch mehr? Nein. Linie zuweisen. Welche war denn das jetzt? Die freie sozusagen. Die Linie 79. Linie zuweisen. Hm. 79. Wo bist du? Hier unten. Gut. Kommst du raus? Findest du den Weg? Wartet auf freie Wege. Wo bist du denn überhaupt? Wo sind wir denn hier? Ach doch. Das passt eigentlich. Okay. Warum wartest du denn auf freie Wege? Hä? Hat es jetzt irgendwas an der Linie zerrissen? Bitte nicht. Der müsste doch eigentlich raus können. Mach mal noch... Sicherheitshalber hier kurz ein Signal hin. Dann fährt er zumindest bis dahin. Warum fährt der hier nicht rauf? Kommt dann Zug entgegen. Das kann natürlich sein, weil ich den zurückgeschickt habe. Okay. Aber den haben wir jetzt erledigt. Auf die anderen warten wir noch. Der wartet auch auf freie Wege. Was für ein Manöver? Nur damit man die Wagen ändern konnte. Ist der auf der richtigen Strecke? Eigentlich ist er gelb. Fahren wir da allen Ernstes hier bei diesem Öldingens vorbei? Ah ja. Fahren wir. Okay. Ja. Da muss sich der da noch hochkämpfen. Und wo ist der? Der steht hier und wartet auf freie Wege. Genau wie der andere auch auf freie Wege wartet. Am Bahnhof. Das ist ja doof. Und wenn ich die jetzt alle... Ah, jetzt fährt der. Das ist schlecht. Dann gucken sie sich an. Jetzt hat der den Vortritt bekommen. Das ist ja dusselig. Äh, irgendwie... Ja, ihr habt recht. Das ist nicht wirklich ideal gelöst hier, das Ganze. Aber der muss nochmal wenden. Sonst gucken sich die an. Der muss in den Bahnhof rein und dann das Richtige. Ah, ich weiss ja was. Ich weiss denen nochmal zu. Dann fährt er automatisch dahin zurück. Ah, also. Linie 79 war das. Hier. Und dann fährt der andere zumindest schon mal dahin, wo er soll. Auf was wartet der denn jetzt hier? Jetzt hat er grün. Gut, das ist beruhigend. Fährt irgendeiner dann heute mal noch irgendwo in ein Depot rein? Das ist der, der da hinten ins Depot fährt. Okay, dann haben wir den zweiten von dreien. Ja, den Schrottplatz, den müssen wir wirklich nochmal verschieben. Ich möchte nachher hier noch kurz dafür sorgen, dass da mehr Güter nach Wetteringen gelangen. Aber der Schrottplatz läuft uns ja nicht davon. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann machen wir da so einen richtig schönen Güter. Ja, was gibt das denn? Der Güterbahnhof steht ja schon. So ein Abschluss der Strecke im Prinzip. Wenn da ein Friedhof entsteht, also ein Friedhof eben ein Schrottplatz für die Züge. Könnten wir da hinten so das Ende der Map machen. Aber jetzt sind wir noch nicht am Ende der Map. Jetzt sind wir hier an Kleinarbeiten. Ich Züge kaufen. Ja, ich könnte natürlich auch das Tempo beschleunigen. Stimmt schon. Ich mache es einfach nicht gerne. Ich sehe die Züge gerne in Echtzeit fahren. So, jetzt haben wir den hier. Erz. Erz. Was ist ein Erz? Ein Eisenerz. Und zwar Erz, Erz, Erz. Passt. Linie zuweisen. Warum muss ich die denn auch jedes Mal wieder suchen? Wo ist sie denn, die 79? Hier. Gefahren. Macht er. Gut, dann haben wir jetzt noch den Einzug, der noch nicht stimmt. Das müsste der hier sein. Oder ist es der hier? Äh, du fährst. Doch, du fährst richtig. Du fährst jetzt zurück. Ich stelle doch mal ganz schnell. Der hier stimmt ja. Den können wir zumachen. Dann kriegt nämlich hier der Laden hier unten, die Fabrik, tatsächlich endlich das Erz. Jetzt produziert er auch. Dann gibt das auch Güter. So, schnell zurück. Ah, er wird einem ja schwindelig. Nein, ich mag es nicht. Ich gucke jetzt hier nicht zu, wenn die so rumrasen. Das ist sowieso verboten. Aber wir warten jetzt hier hinten, bis er reinkommt. Das sollte nicht ewig dauern. Sollte. Man sieht es hier im Fenster. Wenn er hier mit Lichtgeschwindigkeit durch den Berg durchdonnert. Na, scheint ja ein grosser Berg zu sein. Hallo? Jetzt. Das Signal könnte ich natürlich auch wieder empfehlen dann. So, jetzt kriegst du deine Erzwägelchen und dann gibt die Linie hoffentlich Ruhe. Dann produziert ihr wieder. Nicht hier anhalten. Achso, ich muss dir natürlich noch sagen, du sollst ein Step-Up. Genau, der war ja noch auf der normalen Strecke unterwegs. Wie da überall die Züge durchrauschen. Hässlich. Machen wir wieder normales Tempo. Also, das gleiche Spiel noch zum letzten Mal. Erz, 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 Erz. Denn die Kohle kriegt die Fabrik da unten, dachte ich. Per Lastwagen. Ne, nicht 49, 79 war es. Uh, wo bist du? Hier unten. Zug 23. Kann uns mal gerne haben. Hier wird nichts mehr ersetzt. Hab ich gesagt. Zumachen, zumachen. Gut, wie viel produzierst du? Fünf. Keine Vergrösserung geplant. Das kommt vielleicht noch gut. Der wartet jetzt hier brav, bis der wieder umgedreht hat und wieder zurückfährt. Das heisst, wir können uns noch ganz kurz mit dem Gütertransport beschäftigen. Hier würde das losgehen. Wo fährt denn der Zug rein? Hier hinten. Der braucht natürlich ein zweites Gleis. Das legen wir noch schnell. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge die Züge machen. Habt ihr Strom? Ihr habt Strom. Kriege ich hier eine zweite Brücke rüber? Problemlos. Kommen wir hier noch rein. So ein Käse. Signal im Weg? Ach. Hier ist ein Signal. Wir müssen sowieso. Ja, jetzt muss der noch genau hier durchrasseln. Fahr. Dann kann ich nämlich das Signal wegnehmen. Beziehungsweise schnell pausieren. So. Damit wir die Weiche hinkriegen. Dann brauchen wir da kein Signal mehr. Mal gucken, ob es geht. Doch, das geht. Ja, wenn das Fahrzeug. Tschüss. Wir können ja schön gucken. Da hinten fahren die Züge. Stadler. Eigentlich auch eine imposante Brücke hier. Wie man dann teilweise vergisst, was man so vor 30, 40 Folgen alles gebaut hat. Auch nicht schlecht. So. Wir machen gleich mal wieder ein Signal hin. Und zwar wäre das dann hier. Und hier können wir noch nicht. Hier müssen wir erst Gleis bauen. Mache ich mit Freude. Ich bin begeisterter Gleisbauer. Aber jetzt läuft das Spiel noch. Das passt mir dann doch nicht. Nicht, wenn wir an den Gleisen rummachen. Strasse kreuzen. Problemlos. Sehr schön. Oh, eine Riesenbrücke. Ne, nicht Brücke. Sowas nennt man Tunnel. Ah, nicht, dass das jetzt hier nicht geht. Habe ich es irgendwie falsch erwischt? Eigentlich nicht. Das würde so stimmen. Ne, doch nicht. Moment. Irgendwie ist es mir aus der Hand geglitten, das Ganze. Ah, mühvoll. Mühsam. Hier wieder zurück. Doch, das geht. Ist ja kein Ding. Sehr schön. Können wir auch anschliessen. Das scheint ein relativ problemloser Bau zu werden. Hier höchstens da vorne kommt nochmal eine Brücke. Aber da können wir natürlich auch früher reingehen. Und lassen das da eingleisig. So, da kommt die Brücke. Wo geht die genau hin? Die geht eigentlich hier hin. Wir könnten hier noch runter. Und hier zum Beispiel. Da können wir da das Signal dann wegnehmen. Wenn wir hier rausgehen. Ja, das ist zu gekrümmt. Schade eigentlich. Ja, muss ja nicht unbedingt. War ja nur eine Idee. Wir können es natürlich auch hier machen. Ah, das muss doch irgendwie in der Kurve drin aufgehen. Was ist das denn so doof? Kurz drehen. Krümmung zu groß. Allen Ernstes. Okay, dann geht es eben nicht. Dann machen wir es doch hier. Dann kommt die andere Linie hier raus. Aber ich gucke erst mal. Kriegen wir die Brücke so nochmal hin zu zweit? Als Doppelspurige. Nein. Da gibt es eine Kollision mit den Pfeilern. Aha. Auf der anderen Seite. Das ist ja immer relativ interessant, dass das teilweise dann auf der anderen Seite funktioniert. Habe ich nicht gesagt. Naja gut, dann machen wir es hier. Kommen wir hier noch rein? Sonst muss das Depot weg. Doch, hier kommen wir rein. Gut, das heisst Signal weg. Muss gucken, dass ich das Signal wirklich erwische. Nicht irgendwie was anderes. Gut, dann kommt das Signal hier wieder hin. Gut, jetzt müssen wir hier eigentlich wechseln. Hm, kommt das weg? Das kommt auch weg. Und dann kommt dieses Gleis hier hin. Und dieses Gleis kommt hier hin. Gut, dann machen wir noch schnell die Blocksignale für später. Wenn da ja dann mehrere Züge verkehren sollen. Hier ist natürlich Feierabend mit Blocksignal. Das ist einspurig. Hier machen wir mal nach der Brücke das andere. Und hier vor dem Tunnel einmal Blocksignal. Und nach dem Tunnel das zweite Mal. Und dann gucken wir, ob wir da noch nach hinten kommen. Hm, hier haben wir eine Strasse. Okay, das ist aber einiges nach dem Bahnübergang. Damit es keinen Stau gibt. Wobei, äh ja. Für einen Stau braucht es erstmal Fahrzeuge. Und hier ist dann doch eher gähnende Leere. Ähm, ja hier können wir nicht mehr. Okay. Dann machen wir hier noch das andere Signal hin. Für den ausfahrenden Zug. Ja, das passt. Gut, lassen wir laufen. Da gibt es dann in der nächsten Folge Züge dafür, würde ich mal sagen. Wir gucken mal noch schnell hier rein. Denn da kann ich schön mit bewegtem Bild Tschüss sagen. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.